Hallo ihr Lieben, wir haben ein nagelneues Fettabsaugungsgerät und ich zeige euch wie einfach das ist, es durchzuführen in örtlicher Betäubung. Der Patient kann danach direkt nach Hause und das Gerät ist wirklich so schonend durch die Vibrationspanüle und es wird nur ein kleiner Pieps gemacht und da sieht man schon hier am Schlauch, wie das resistente Fett abgesaugt wird. Das abgesaugte Fett ist für immer weg, die Fettzellen werden nicht mehr nachgebildet. Es ist die modernste Technologie, die wir hier anbieten und wir machen das schon über 15 Jahre. Also ihr könnt auf jeden Fall sicher sein, dass es wunderbar wird.